Sie sind mit der Notrufzentrale begonnen. Leider sind derzeit alle Plätze belegt. Bitte bleiben Sie in der Leitung, bis der nächste freie Platz verfügbar ist. Es tut mir leid, Meti. Izzy! Das ist der Erstenbeantworter von Louise Weber. Hinterlassen Sie Ihren Namen? Meti? Dexter? Isabel ist ausgelöscht. Was heißt ausgelöscht? Ich packe gerade was zusammen. Hol mich bitte ab. Bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Sie stand einfach so da, war völlig leer. So als wollte sie sterben. Und dann war nichts. Nur Asche. Matty, guck mich an, guck mich an. Ich habe es gesehen. Das Ding, von dem Josh sprach, es wollte mich holen. Gleich nachdem ich das hier gefunden hatte. Was ist das? Darauf ist das Virus. Der USB-Stick war an das Computergehäuse geheftet. Offline, wo sie nicht rankamen. Wird das funktionieren? Ich weiß nicht, aber Siegler bestimmt. Du weißt, wo Siegler ist? Da kriegen wir ein paar Antworten. Ja. Und wir werden es abstellen. Wir werden es abstellen. Mettie, Mettie, bist du in Ordnung? Ja. Steck aus. Schnell hier raus. Hat er es überlebt? Lass uns gehen. Wieso? Komm, lass uns gehen. Was? Ist da jemand im Wagen? Nein. Schnell, weg hier. Keine Bewegung! Was soll das? Kommen Sie bloß nicht näher! Nicht schießen! Steck die Waffe weg, Kevin! Bist du verrückt? Die tun dir doch nichts! Das sind nur Jugendliche! Nein, wir tun ihnen nichts! Stecken Sie sie weg! Wir müssen schnellstens weiter! Wir müssen versuchen, aus der Stadt zu fliehen! Sie kamen durch den Computer! Wir haben sie gesehen! Wir glauben, dass wir eine Lösung haben! Seid ihr völlig verrückt? Hier ist es nirgendwo sicher! Wir sollten uns hier nicht aufhalten! Es breitet sich aus! Kein Mensch weiß, wie lange es noch dauert, bis es überall ist! Die Polizei ist weg! Überall sterben die Menschen! Komm endlich! Wir haben gehört, in den Toten zuen wäre es sicher! Überall, wo es keine Computer, keine Telefone und keinen WLAN gibt! Das sind die Gebiete, wo Sie nicht durchkommen! Schnell, bringen Sie sich in Sicherheit! Beeilung! Los, Kim! Also, bei einem neuen Zombie-Best ein